Hi Leute und willkommen zurück zu FuckRiseX. Wir sind dabei immer noch ein paar Giftgas-Container zu zerstören. Ja, die letzten Parts waren leider wirklich ohne Sound. Ich versuche da nachgegangen vielleicht nochmal irgendwie was Musik einzuspielen. Ich weiß es auch nicht. Wieso spawnen die andauernd? Wow, die spawnen echt sobald man drei Meter weg geht. Aber wir können die Munizion gebrauchen. Ähm, ja, fail. Ich kann auch leider keinen alten Spielstand so richtig laden, weil das Spiel ja nicht selbstständige Speicherstände erlaubt. Danke, Spiel. Ah, gut. Ist das keine Munizion? Wow, das ist traurig. Okay, gut. Ah, das ärgert mich. Das ärgert mich richtig. So. Ja, mit dem müssen wir uns nicht anlegen. Wir gehen einfach mal an den ganzen Leuten hier vorbei. Hopp. Hm. Man kann sich allen schön an diesen Flecken auf der Minikarte dran vorbeischleichen oder einfach vorbeilaufen halt. Scheint die Leute hier nicht zu stören, wenn du ein bisschen Abstand hälst. Bei. So, wir werden schneller. Wat? Ich bin nicht mal bewaffnet, ihr Penner. Wow. So. So ein Sachsack. Alle allein? Scheiße. ich mache zwei Okay, dann halt nicht Schön, haben wir die schon mal weg Ein Panzer? Ist nicht dein Ernst jetzt hier, oder? Ich glaube ich muss weg Ist mir egal wohin, Hauptsache weg So, ich hoffe der sieht uns nicht mehr Wir haben hier einen Panzer Da ist eine Sperre So Wie fährt der denn da lang? Aber ich fährt halt ein und drücke alles durch Jo läuft Krass, haben die so aufgewühlt, dass sie jetzt irgendwie noch Chaos machen hier Was ist das hier so eckig? Mungo, ja kaputt Hä? Sogt jemand? Oh, ich kann sie echt nicht rüber Guck mal von hier aus So Schall, da bin ich nicht durch Und jetzt? Hier noch ein Nö Okay, gehen wir einfach mal weiter Schadet ja nicht Oh Oh shit Okay Okay, es hat funktioniert Okay, du hast eine Todesrolle gemacht Ja, Sonja So, so ein Giftgaswektor Da kann man irgendwo hoch Da kann man irgendwo hoch Wieder wegfahren Der fährt sich die ganze Zeit im Kreis? Ja, da fährt jetzt auf, dass du meinen Guapo überfährst So eine blöde Kuh So eine blöde Kuh Ja, glaub ich jetzt ja nicht Supremus bereit, ja Aber ich hab noch nicht verstanden, wie das Ding funktioniert Aber ich hab noch nicht verstanden, wie das Ding funktioniert So Ich will es eigentlich erstmal noch scannen, ne? Oh Ein Graspfeffer Toll Ich kriege uns, wenn sie sich selber töten würden Ich habe nichts gemacht, alles gut. Ist keiner drauf? Da können wir wieder rein, da oben können wir auch rauf, vielleicht tut ich auch genau das. Jetzt will das hier nicht gesehen werden dabei, oder bringen die sich ja sogar selber um, wie das klingt. Boah, diese leuchten in den Augen. Wo ist denn nirgends vorhin? Da liegen noch ein paar Sachen. Bist du feindlich? Könnte doch nur ein Arbeiter sein. Boah, nein, 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 nicht runter. Das war's. Warum hält der so schön aus? So, die Position ist leer. Shit. Einmal runter. Das was wird. So ein Penner. Ja. Alle besonders. Wir gehen erstmal raus hier. Jawoll, gut gemacht. Wunderbaren Job. Wow. Das ist mein Krokodil in Ruhe. So, können wir freien. Ja. Ich wusste, dass jemand kommen würde. Zum Glück waren wir zufällig in der Nähe. Das ist mein Krokodil in Ruhe. 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 Na ja, vier. Vier Schuss ist jetzt nicht so viel. Aber das heißt nichts. Das ist mein Krokodil in Ruhe. 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 mehr gift geht in flammen auf sicher gefallen okay jawoll nein das wollte ich nicht Oh doch jetzt schon. Was ist mein Körper denn wohl? Fünnsteu, ey. Gut. Was fehlt noch? Ja da. Tun wir nicht. Die greifen nicht sogar dreck an. Runter hier. Ich weiß nicht, was das für ein Zeug ist, aber es ist bestimmt nicht gut. So, wir brauchen noch ein bisschen mehr Fässer. Wir haben uns das angezeigt. Aber da waren wir doch gerade. Wir sind doch theoretisch durch. Oder fehlt uns da noch was? Na, guck mal an. So. Wir holen uns halt mal den hier wieder. Gut. Das warst du. Ich bin mal wieder runter. Also das Snipergewehr ist schon geil. Wir brauchen doch definitiv eins weiterhin. Das heißt vielleicht, wenn ich einfach nur die Heimdienste kaputt mache. Aber das ist ja schon Schrott. noch was für einen Heimdienste Musik haben. Scheiße. Verdammet. Dementsprechung. Verhältы euch! Der ist direkt vor mir. Oh nein, der hat Hilfe. Natürlich hat er Hilfe. So, der ist schon mal hinüber. Helikopter. Gar nicht durch. Toll. Da komme ich jetzt am besten weg. Seht ihr hier? Ich habe keine Hilfe von uns. War ich nicht irgendwo... War ich nicht irgendwo das Wasser, wo ich mich darunter verstecken konnte? Ach, wer weiß doch, wo wir sind. Das ist doch scheiße. Da. Ja, der weiß, wo wir sind. Ja. Ja. Was ist mit ihm? Was ist mit ihm? So, die ist sonst nicht. Wer schießt denn da auf? So. Auf das gute Kurve dir. Was ist mit ihm? Ich werde da rüber. So, haben wir wiederbeleben? Ach so. Okay. So. Da ist er. So. Toll. Von den komme ich denn, Penner? Boah, der nervt mich. Der sieht mich auch ständig. Oh, dann looten wir halt. Oh, 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 oh. Ich weiß. Oh mein Gott. Keine Entdeckung, oder? Nicht so richtig. Lauf los weg. Lauf, 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 lauf. Der Edil bleibt hinter uns, oder? Ach, nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Du bist so laut, ich kann nur noch vor allem sein. Und wir sehen dich auch nicht gewöhnt. Du bist ja abgehauen. Du bist ja abgehauen. Ich bin völlig unschuldig. Völlig... Wow! Was ist denn da? Was ist denn da explodiert? Schade, nicht der Helikopter. Boah, die Helikopternnerven. Muss ich ja nicht so sagen. Ich brauch irgendwas gegen Helikoptern. Ich muss ja irgendeinen Autoclown oder sowas. Okay, wir sind erledigt. Wenn er das sagt, muss es ja stimmen. Ja? Ich weiß auch, dass du da bist. Wenn wir jetzt von dem Helikopter weglaufen, müssten wir doch eigentlich safe sein, oder nicht? Wir brauchen eigentlich nur 2%. Wir müssen ja aber noch hinkriegen. So. So. So, holen wir uns jetzt mal den Heini hier. So, weg. Wieder nachladen. Irgendeinen Heini müssen wir noch töten, der mit Gift hier rumhantiert. Dann haben wir es doch eigentlich geschafft, 100% zu erreichen. Ja. Buenas noches. Kotzen sein. Achso, das ist vergiftlich. So, hier ist schon wieder einer, der befreit wird. Toll. Gar nicht. Hä? Was zum... Wow. Er läuft weg. Boah. Danke, Kleiner. Wir helfen uns echt immens. Kann vielleicht noch ein LKW kaputt machen oder irgendwas. Das ist leider kein Giftgas. Schade. Schade, schade. Vielleicht mach ich mir das Spiel auch gerade echt spannender als es sollte. Aber ich find das gerade echt spartig. Ein bisschen Sniper-mäßig vorgehen. Na, guck mal, da ist schon wieder einer. Guck der denn hin. Auf jeden Fall nicht nach unten. Wow. Also, dass er uns da nicht gesehen hat, das ist schon... Ein Wunder. So. Wo ist so ein Gift-Sprühhain? Braucht noch einen? Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Ergebnis soll hier was sein. Wir sollen da hin, aber da ist ja auch nichts mehr. Die einfach kaputt machen, dann reicht das. Voller Prozent. Perfekt. Jetzt hätten wir uns auch sagen können, dass es reicht. Die Fässchen auch zu zerstören. Wahrscheinlich stand es irgendwo. Ich hab's nicht gesehen. So. Carlos, es ist erledigt. Gut, dann sehen wir mal, ob Napoleon Epicenio die Nachricht versteht. Ich hab noch mehr Arbeit für dich. Komm zurück in Suraga. Verlauf dich aber nicht, du Touri. Wir sind kein Touri. Wir sind hier in geheimer Mission. James Bond-mäßig so. Alles abgeschlossen. Die Luft säubern. Naja. Luft säubern. Ah, vom Giftgas vielleicht. Okay. So. Und das sind die. Perfekt. Einmal runter. Und wir gehen mal aus dem Gebiet raus. Und dann machen wir eben Platzende. So. Jetzt sind wir ein Tourist. Ey, das glaub ich nicht, ne? Der Helikopter schwirrt hier einfach immer noch rum. Na gut. Wir machen aber erstmal einen Schluss für heute. und gucken mal, was wir jetzt machen. Wir werden Schnellreise benutzen oder so. Gut. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.